Mein Name ist Ilona, genießen Sie unsere Saunawelt. Jetzt weißt du, was in der Saunawelt heißt. Da gibt es für jedes Land eine Sauna. Gibt es eine finnische, eine dänische, eine polnische, gut, weil der polnischen Franks Gansdown bis dahin noch abkommt. Was da für Saunenarten gibt. Auch auf Städte bezogen. Saunaweltviertel gibt es auch. Sind Waldviertel da? Keiner? Von wo? Ottenschlag? Fottenschlag, ja. Nein, die Zwettlern sind da zu geben. Da ist der Aufpass schon mit 25 Grad. Das sind 20 Waldviertel. Bade so heiß. Das ist aber nicht gewähnt. Ja, richtig. Ich brauche nicht etwa drehen. Saunaweltviertel gibt es auch. Saunaweltviertel, ja. Saunaweltviertel, ja. Saunaweltviertel, ja. Wahnsinn. Kennst du die schwedische Saison? Na, das ist leer. Da kriegst du ein Brädel, ein Inbuschliesschen, mit dir selber Zahnbahn. Ja, das ist das. Ich habe mich dann in eine finnische Sauna reingekommen. Ist schon interessant. Da ging einem 5 Minuten bei 100 Grad Mitte in Saft, während einer Wochenzeit. Nach der Sauna bin ich beschwendet. Geh mich duschen, ja. Leil. Auf einmal lese ich über den Duschkopf drüber, das ist das Original aus unseren Löchern. Rind. Rind. Granderwasser. Na, da bist du vorne dabei. Ed, ich habe das Granderwasser schon gespielt. Nun, bitte, kauf dich bitte. Granderwasser, Ed, ist nasser wie Wasser. Es schmeckt besser wie Wasser. Es verdunst nicht zu schnell wie Wasser. Es ist links gedreht zum Ursprung. Da brauchst du sogar Duschkirchen mehr. Wirklich, du stimmst nicht runter, du wirst nicht weg. Grander, ich liebe es. Wolltest du dir ein anderes Granderwasser? Kein. Du hast den Herrn nicht drauf. Stimmt, ich dazu kein Schmäh. Wahnsinn, ja. Ich liebe es. Hast du den Granderwasser testen, oder nicht? Wie geht der? Pass auf. Ein leeres Turtengarten habe ich genommen. Ich meine, der Granderwasser hat sich gefühlt. Ich werde nicht so schnell bei dieser Christopher, die sich das zu Hause gefühlt hat, ich habe noch ein Schmäh. Ich gehe aus. Ich bin dankbar, ich bin so schnell. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ja. Ich bin.